Keine Machtdruck, Bayern-Wunschstürmer setzt offenbar Deadline. Die Verhandlungen zwischen Bayern München und Tottenham-Hospur über Harry Kane sind ins Stocken geraten. Britischen Medien zufolge hat der Münchner Stürmer eindeutig eine Frist gesetzt. Am Montag wird es in London keine Versöhnung geben. Harry Kane steht weiterhin ganz oben auf der Transfer-Wunschliste des FC Bayern München. Allerdings sei die Taskforce um Teamplaner Marco Neppe und Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dresen am Montag aus einer Reihe von Gesprächen mit Tottenham Hotspur in London ohne Durchbruch zurückgekehrt. Heute soll der 30-jährige englische Stürmer eine Frist für die Werbung für seine Dienste gesetzt haben, hieß es. Wie der Evening-Standard am Dienstag berichtete, wird Kane seinen derzeitigen Arbeitgeber nur verlassen, wenn es zu Saisonsbeginn am 13. August zu einer Einigung kommt beim Auftaktspiel des Spurs in der Premier League gegen Brentford FC wird er berichten zufolge für die nächste Saisons bei seinem Verein bleiben. Das Transferziel des FC Bayern hält es für unfair, die Mannschaft und den neuen Trainer Ange Postekjoglu nach Saisonsbeginn zu verlassen. Der deutsche Rekordmeister lehnte bislang erste Angebote für Kane ab. Allerdings hat Tottenham keine Frist gesetzt. Medienberichten zufolge haben Neppe und Dresen nun ein neues Angebot im Gepäck. Wie der Evening-Standard berichtet, beträgt das Grundhonorar der Münchner rund 87 Millionen Pfund, ohne Boni. Das sind rund 100 Millionen Euro, wohl immer noch zu wenig für die Spurs, die es in Pfund, rund 116 Millionen Euro, erhalten wollen. Sollte Tottenham Kane an Bayern München verkaufen? Medien zufolge ist Kane bereit, sofort zum FC Bayern zu wechseln. Der zweitbeste Torschütze der Premier League-Geschichte soll sich mit dem FCB schon seit einiger Zeit geeinigt haben und sich geweigert haben, seinen Vertrag bei den Spurs zu verlängern. Sein Vertrag läuft nach dieser Saison aus. Dortnams Besitzer Joe Louis forderte daher den sofortigen Verkauf von Kane, um eine Ablösesumme zu generieren.